Hey Leute, ich hab mal irgendwie wieder Bock auf eine kleine Fragenrunde. Ich weiß, es ist ein bisschen spontan, aber vielleicht sind noch ein paar wach. Also stellt mir einfach mal auf Twitter unter den Hashtag FragDani oder hier in den Kommentaren ein paar Fragen. Aber bitte nicht solche wie Wieso hast du mit YouTube angefragt? Oder was sind deine Ziele auf YouTube? Weil diese habe ich irgendwie schon in jedem FragDani oder AssDani Video beantwortet. Dann schaut euch einfach mal die alten Videos an. Müsst ihr mal ein bisschen gucken, die sind irgendwo auf dem Kanal. Und stellt ruhig mal kreative Fragen. Wissenswerte, informative, lustige... Faktastische, triumphale, abfloma blanka. Ja, ich glaube, bis zum nächsten Video.